Spaghetti mit Pesto gehen total schnell und sind auch noch total lecker. Heute zeige ich euch, wie ihr Pesto selbst machen könnt und was ihr dafür braucht. Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachkochen. Die Pesto hält sich bis zu einer Woche einfach im Kühlschrank. Pack da ein bisschen Öl drauf und dann könnt ihr die ganze Woche davon essen. Guten Appetit! Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachkochen. Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachkochen.